Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Studierende, ich freue mich über Ihr Interesse an dem Projekt Philosophy Goes Moogs. Philosophy Goes Moogs ist ein Projekt der digitalen Lehre zur Erforschung der Geschichte der Philosophinnen. Dieses Projekt wird gefördert vom Deutschen Stifterverband und dem Ministerium für Wissenschaft von Nordrhein-Westfalen. Warum digitale Lehre zu diesem Thema? Zwei gute Gründe, denke ich, gibt es dafür. Zum einen hat sich unser Wissen und unser Zugang zum Wissen heute vollständig verändert. Das Wissen liegt im Internet und digital zur Verfügung. Das gilt auch für die Schriften der Philosophinnen. Während ihre Texte nur in nur wenigen Büchern vorliegen, finden sie im Internet praktisch alle Schriften der Philosophinnen schon in digitalisierter Form vor. Wir haben es mit einer vollständig neuen Wissensressource zu tun. Der zweite Grund für diese digitale Lehre liegt darin, dass wir hier in Paderborn ein einzigartiges Forschungszentrum aufgebaut haben. An diesem Forschungszentrum, dem Center History of Women Philosophers and Scientists, forschen und lehren international bekannte Expertinnen. Diese Expertinnen werden Ihnen in Videos Einführungen geben zur Geschichte der Philosophinnen. Diese Videos, die in jeweils zwei Teile unterteilt sind, werden Ihnen zuerst einmal einen historischen Hintergrund anbieten und dann die Theorien und Kategorien der Philosophinnen darlegen. In einem zweiten Schritt werden Sie versuchen, diese Kategorien auf dieses große Meer von Wissensressourcen, von denen wir vorhin gesprochen haben, anzuwenden. Das ist die Methode, mit der wir heute ein neues Wissen an Sie heranführen wollen, Sie selbst dazu ermuntern möchten, kreativ tätig zu sein und beizutragen, Wissen zu kreieren. Wir nennen diese Methode Emerging Knowledge. Diese Methode beruht darauf, dass Sie nun anhand der Kategorien und der Inhalte, die Ihnen zur Verfügung gestellt wurden, selbst im Netz tätig werden. Wir stellen uns vor, dass Sie mit uns gemeinsam Wissen erweitern und Wissen vermehren. Ich freue mich darauf.